Herzlich Willkommen bei TutopolisTV. Heute zeige ich euch, wie man die Hauptkamera beim Samsung Galaxy S3 erneuert. Als erstes schalten wir das Samsung aus, entfernen das Backcover und holen den Akku raus. Anschließend lösen wir die 10 Schrauben und entfernen die Abdeckung. Anschließend lösen wir die Flexkabel von der letzten Abdeckung und entfernen mit einem Plastiktool die komplette Einheit. Anschließend lösen wir noch die letzten Verbindungen, drehen die einzige Schraube raus und entfernen vorsichtig das Mainboard. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt einfach mit deinem Plastiktool die Verbindung trennen und die Kamera entfernen und fertig. Anschließend einfach die neue Kamera anbringen und das Samsung in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. So, jetzt einfach mit deinem Plastiktool die Bedeckung der Bedeckung des ZDF für funk, Anundas P البelаний Kingdom. Ungefähr deinem Plastik. So, jetzt einfach mit deinem Plastiktool ... Weltkistemöher ... Läume ... Was ich kümmert? Läume ... Müst Hü vier ... Was ich Vater ... Ist dasая wave ... Segim Plastik Sun ... Lag Playstation ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020